Freunde der Locke, wir sind wieder begeistert. Die Effi, aus Braunschweig angereist, kriegt heute Sensations-Locke ihre erste. Und was ganz spannend ist, sie hat gerade gesagt, ab ganzen Tagen war sie ganz cool mit der Sache und so weiter. Und heute Morgen hat sie sie und vorhin gesagt, ich glaube, ich bin jetzt doch aufgeregt. Und jetzt ist sie, sie lehnt sich nicht mal an, merkt ihr, warst ihr so richtig so, oh, schön, dass du da bist. Und euch viel Spaß mit diesem Video. So, die Effi ist jetzt fertig, hat sich von hinten noch nicht gesehen, deswegen lass ich dich jetzt mal schauen. Das ist wie beim Autofahren, von dem Kleinen in den Großen. Einmal schauen. Siehst du das von hinten? Ja. Wow. Das ist richtig schön geworden, wirklich. Ja. Ah, dankeschön. Gerne, gerne. Dann machen wir die nochmal von vorne. Das ist richtig schön geworden. Ja, echt schön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay. Ja, tatsächlich, aber ihr gefällt's. Dann sagen wir Danke, viel Spaß beim Zuschauen für die nächsten Videos. Und bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar da und like das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.